Jetzt geht's los mit Stream Clips Germany, Folge 241! Einmal bitte alle Hallo YouTube sagen! Ich hole euch mal hier raus. Ups, nicht mich, nicht mich, nur euch! So, einmal bitte alle Hallo YouTube! Ciao, ciao! Hallo! 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 Danke schön jetzt schon für die tolle Folge, die wird safe richtig gut sein in Stream Clips Germany. Und wenn ich und ich, wir entspannen uns jetzt und gucken. Und wir gucken jetzt. So, okay. Baba! Herzlich willkommen bei Stream Clips Germany! Boah! Das ist ein Filter, oder? Da kann ich das auch machen. Wait, 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 wait. Oh, hallo? Oh mein Gott! Herzlich willkommen zu dem React! Sauerei! Lachflash! Folge 241! Stream Clips Germany! Oh, wenn ich lache, klinge ich aber wie so ein böses Monster. Oh Gott! Es tut mir so leid! Oh, mein Gott! Was weiß ich jetzt eigentlich? Ich wollte Bäume fällen gehen. Oh! Okay, geh einen Baum fällen! Fell den Baum! Eine Fichte! Die fickt dich gleich! Oh! 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 Scheiße! Oh mein! Wortwörtlich! So hört sich wetten deine Stimme im Kopf an, wo die Sachen entziehen! Meine Stimme im Kopf, die hören sich ein bisschen anders an, aber okay! Oh, Paul! Oh! Oh mein Gott, wo bin ich? Oh Gott, tut mir leid! Ach, du bist verbannt! Oh! Oh! Hey, der ist gestorben! Hä? Loy! Was passiert denn da? Oh mein Gott! Der springt einfach so rum! Dankeschön! Alle spielen einfach Paul! Das ist so ein geiles Game, ich liebe es! Ah! Drösel! Oh Gott, Entschuldigung! Ah! Ach! Ach! Also diese Reaktion? Bei einem Rüssel? Ne! Weiß ich auch nicht! Eher so... Oh mein Gott! Ein Rüssel! Bist du dumm manchmal! Das sollt ihr einmal bei einem Witz mitmachen und zwei schreiben! Ich kann... Liebe Lisa! Es tut mir leid, dass es auf diese Art und Weise erfahren muss! Mhm! Es gibt nicht einen Witz, den Streamer machen! Der Streamer ist der Witz! Okay! Es tut mir leid, dass es auf diese Art und Weise... Bin ich ein Witz? Bin ich ein Witz für euch! Jetzt gibt's hier gleich Stress! Nein! Ja! Ne! Ne! Ihr sagt jetzt alle schön nein! Ihr sagt jetzt alle schön nein! Ja! Aber unser Witz! No! Ein kleiner Witz vielleicht! Sorry, sorry! Mir geht's gut! Weiß erfahren muss, Lisa! Aber sagen wir's mal so, okay? Es gibt keinen Witz, bei dem Chat mitmachen kann! Chat ist nur da, um mit dem Finger auf uns zu zeigen, um zu lachen! Okay? Das nennt man auch Morbing, aber okay! Das nennt man auch Morbing! Wir sind der Witz! Verdammt! Das werde ich so bereuen! Nein, spring nicht! Ist mir egal! Oh! Wie cool! Ich dachte schon, die springt einfach so! Ist mir nicht egal! Ist mir nicht egal! Ist mir nicht egal! Oh nein! Scheiße! Ah! Nooo! Das tut so weh! Oh nein! Jo! Irgendwie! Mein, 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 mein! Hähnchen! Mach faxen! Der Hundetrainer hat mir gesagt, dass du als Strategie das flirten! Oh fass! Meinst sie mich? Ich bin der Hund, wartet mal! Oh! Oh! Der Hundetrainer hat mir gesagt, dass du als Strategie das flirten anwendest! Oh mein Gott! Milchbaum! Du bist so wunderschön! Ich... ...wird gerne... ...deine Milch sehen! Und dass du bekommen, was du möchtest! Und das kannst du ziemlich gut! Und ich weiß, dass du das nicht von mir hast, das flirten! Denn das kann ich... ...nicht! Ich geh mich verkraben! Ich geh mich verkraben! Ich geh mich verkraben! Ja, ich mach kuscheln! Okay, what the fuck! Ich geh... Ich geh beinen, Leute! Ich bin so tot! Oh, wer ist da? Hi! Bitte guck dich in den Schrank! Bitte guck dich in den Schrank! Bitte guck dich in den Schrank! Oh mein Gott! What? Ich hab mir das geklappt! Oh mein Gott! Ich hab... Pro-Game einfach! Pro! Den Spitzhack hab ich mir gemacht! Damit mach ich Stein ab, ne? Ja! Und was mach ich denn mit einer Steinaxt? Damit hackst du Bäume! Ach so, warum heißt die denn Steinaxt? Mein Gott, Miau! Miau! Aber warum sagt man die Steinaxt? Und die ist nicht für Steine? Oh... Die möchte mich sehen! Oh mein Gott! Wenn sie das sieht, ne? Dann... Dann... Dann werd ich einfach gehasst! Kannst du das auch? Wo? Was machst du? Es gibt, glaub ich, auch Switches, ne? Zum Beispiel! Oh, danke! Danke für dieses tolle Geschenk hier! Das ist sowas von ein Geschenk! Der ist auch der Zwei-er Switch! Der Zwei-er Switch! Der Zwei-er Switch! Der Zwei-er Switch! Mein Gott! Der... Ein Zwei-er Switch! Er hat sogar zwei Minuten mit seiner Frau geredet. Ich habe euch schon mal gesagt, ich bin ein Effizienzscheißer. Ich gehe erst, wenn es drückt, und dann ist dann Luke auf, Fallobst raus, Luke zu, einmal abwischen, Arsch lecken. Arschlecken. Nein. Ich glaube, ich habe gedacht, es geht gerade um Intimverkehr mit seiner Frau. Ich habe gedacht, es geht darum. Ich habe gedacht darum, aber es geht ums Scheiß. Wow, wieso ist das so episch? Das kommt mir an. Hä? Was macht er da? Oh, nein. No. Was war der Plan überhaupt? Ansprechen? Oh, yes, yes, yes. Nein. Das ist der größte Fehler, wirklich. Oh, nein. Nicht die NPCs angreifen. Niemals. Hau drauf, haut drauf. Mist, wie? Wait, wieso hat die so ein... Wieso ist da so ein... ...netter Ass? Wir müssen... Ich ziehe den auf. Weg damit. Du bist. Rade. Komm mal ran. Nee, du haust mir nicht ab. Nein, nicht hinterher. Nicht hinterher. Der ist gleich ein Monster. Hast du gerade die anderen mit der Schaufel getötet? Hab ich das? Oh, den Mod brauchen wir. Das stimmt. Den will ich haben. Oh, was für niedliche Giraffe. Oh. Oh, was für niedliche Griffe. Ach, Griffe. Aber da ist Safer und eine Giraffe als Griff. Guck das da, das ist eine Giraffe. Ich hab's immer gesehen und ich dachte, das ist eine Giraffe. Erst da. Niemand darf jemals erfahren, dass wir heute Fortnite gespielt haben. Niemals jemand. Oh, wow. Kennt ihr diesen Rizzler-Rizzler-Tainment? Kennt ihr den Rizzler-Tainment? Der spielt gerne Fortnite. Der ist Fortnite-Pro sogar. Ich werde alle Beweise löschen und vernichten davon. Pro für Fortnite-Stream. Ja, ja, genau. Ich kenn den auch. Ich kenn den auch. Ich kann... Oh mein Gott, das ist ein Horror. Leider keine... Ich hab auch ein Schriftzeichen lesen. Ich weiß leider nicht, welches Schriftzeichen das ist. Ist das eine Frau im Garten? Oder ist das eine Frau und ein Falke? Das bedeutet Winter? Woher wisst ihr das? Wow. Wieso? Halber Chat weiß sofort, dass es Winter heißt. Hä? Aber wieso? Halber Chat spricht Japanisch. Nee, oder? Wo steht hier Winter? Da steht doch gar nicht Winter. Oh mein Gott, es stand dran. Oh mein Gott. Oh, ich hab das jetzt auch gedacht. Verstanden wir schon vorher. Okay, alles klar. Aber nur ganz schnell. Ja, ganz schnell. Was denn das für ein Event? Sonst drehen die durch, ja? Eine letzte Frage. Wann wird denn Bubaz jetzt legal? Ähm, der Karl Lauterbach arbeitet dran. Okay. Volle Unterstützung. Danke. Witzig, dass das das ihr Hauptanliegen ist. Ja, ey. Und das ist, was unsere Zuschauer sehen wollen. Und hören wollen. Und wissen wollen. Ach so, hallo. Ja, hallo. Hallo. Politiker. Lustig. Bubaz. Ich bin übrigens so ein, so ein Noob. Okay. Ich kenn mich so gar nicht. Okay. Also ich meine, vielleicht sieht man's an mir. Vielleicht sieht man's mir an oder so. Aber ich kenn mich so gar nicht mit so Drogen aus und so. Und das Lustige ist, dieses Wort Bubaz. Ich hab absolut keine Ahnung, woher Bubaz kommt. Dieses Wort. Okay. Aber ich weiß, damals, wo ich angefangen habe, mit dem Stream, hab ich ein TikTok gemacht. Und das war ein TikTok über, ähm, Sweet, Schmall. Das war so ein Lied und dann am Ende kam so dieser Snoop Dogg. So. Okay. Und dann hab ich als Beschreibung geschrieben, irgendwas mit Babuz. Ich hab nicht Bubaz geschrieben. Ich hab Babuz geschrieben. Weil ich absolut keine Ahnung hatte, was das ist. Aber ich, ich wollte sehen, wie, mit Reise, ich hab einfach nur Babuz geschrieben. Ich bin Zeichen. Wirklich. Man merkt es, man merkt es, man merkt es mir manchmal an so. Bei den, bei den kleinen Sachen merkt man es mir, glaub ich, an. Wieso ich so bin, wie ich bin. Babuz einfach. Und das steht da immer noch. Und das hab ich dann irgendwann später, so ein paar Monate später, hab ich mir nochmal dieses TikTok nochmal angeguckt und ich war so, wait, wieso steht da Babuz? Ja. Ja. In Mittelamerika gibt es nur schlechte Maure, aber dafür Guatemala. Und auch für den Sub, thank you. Hast du gewusst, in Mittelamerika gibt es nur schlechte Maure, aber dafür Guatemala? Guata. Guatemala. Guatemala. So. Leeroy. Leeroy. Woohoo. Jack. Oh. Sad. So sad. Gute Maler. Mhm. Oh. Oh. Das lustige ist ja, ich hab ja hier oben den Anzug, ne? Ja. Und hier drunter. Oh. Wow. Ist alles nur Schein und Sein. Das ist einfach, das sind einfach die Homeoffice-Zeiten. Das sind einfach die Covid-Homeoffice-Zeiten. Ist alles nur Schein und Sein. Oh. Und du? Geh ein bisschen weiter zur Seite, dann fällst du ins Wasser und bist tot. Was? Danke schön. Nein. Also. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich hab das Seilin-Import gemacht. Ich mag das gar nicht. Nein, nein, nein. Ich kann mir das nicht angucken. Oh, ich mag das gar nicht. So wirmermäßig. Ich glaube, ich hab's auf die falsche Seite geworfen. Diese Belohnung hatte ich sogar drin, ja. Das wollte ich sogar machen, dass man dann die Kamera für 10 Sekunden switchen kann. Leider mit dem Voice. Perfekt. Das war so lustig. Jetzt ist er ein Spermium. Zu viel zurückgespult. Oh mein Gott. Ja, wir treffen uns in Quickie. Ein Spermium. Oh mein Gott. Wir waren alle mal Spermium. Du bist der Feste. Wisst ihr das? Nicht so tief, Friede da. Friede da. Entschuldigung. Friede da. Friede da, nicht so tief. Friede da, wirklich. Wir sind, ich. Wint? Nein, Quatsch, Leute. Ja, wir sind alles Gewinner. Nee, es ist wichtig. Muss gemacht werden, sagen auch alle im Chat. Ist wichtig und richtig. Ab dafür geht's zur Hautkrebsvorsorge. Lieber einmal Schwanz zeigen, als Krebs haben. Das stimmt. Das stimmt. Ich sag euch das immer wieder, Chat. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Re-Sub im 23. Monat. 23 Monate. Fast ein Jahr. Hä? Ähm. Ja. Fast. Fast. Jedes Jahr. Jedes Jahr werde ich ein Kamel weniger wert. Oh nein. Warte. Wie viele Kamel bin ich wert? Wait, wait. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Kamelrechner. Also. Wie viele Kamele ist deine Freundin wert? Okay. Alter. Boah. Da gibt's Körbchengröße. Wait, wait. Oh, ich kann euch das gar nicht zeigen. Wait. Okay. Das ist lustig. Das ist ja lustig. Okay, ich trage das mal ein. Ähm. Ähm. So. Berechnen. Ich bin... Rated mal. Rated mal, wie viele Kamel ich wert bin. Rated mal, wie viele Kamel ich wert bin. Und zwar jetzt. Jetzt sofort. Wie viele Kamel würdet ihr mich kaufen? Minus 5. 20. 32. 40. 53. 28. Mhm. Das sind 62. Ich bin 62 Kamel wert. Wir gucken nächstes Jahr, okay? Wir gucken nächstes Jahr. Mit dem Glück nicht. Da ist so ein Arsch. Du kannst direkt abreißen. Oh, Asches Haus steht direkt daneben. Soll ich euch das zeigen? Oh. Nein. Krass, ne? 62. Nein. Du musst mit Stiften essen. Okay, what the fuck. Das ist eigentlich falsch mit manchen Leuten. Das ist viel angenehmer. Was ist eigentlich falsch mit manchen Leuten? Ein Stift? Oh mein Gott. Ich so geht nichts kaputt. Dankeschön. Da ist irgendwas... Oh Gott. Oh Gott. Matteo, ich habe bisher alle Liegestütze 2024 mitgemacht. Habe aber wegen dem Fake vorhin jetzt 20 Liegestütze Vorsprung. Könntest du bitte nachziehen? Mh, ich weiß die nicht. Okay. Okay. Das ist gruselig. Was ist das für ein Studio? Piep. Was ist das für ein Studio? Jetzt kommt. Eins. Zwei. Drei. Okay, das war nicht echt. Oh mein Gott. Das ist fake. Aber jetzt kommt das echte. Hier ist wieder der echte... Oh mein Gott. Dankeschön, André. Thank you. Oh mein Gott. Ja, Mann. Hä? Huh? Hör mal bitte dieses Fuß vom... Wie heißt das nochmal? Piep, 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 piep. Wie heißt das nochmal, wenn Autos huten? Pop, pop! Pop, motherfucker! Wie heißt das Ding nochmal? Pop, motherfucker! Nein. Wie heißt das denn, wenn man vorne aus Link hat... Brüste anfassen. Da kommt dieser Ton raus. Oh mein Gott. Ähm. Hupe. Hupe? Hupe? Ja! Danke. Holt bitte den Fuß von der Hupe. Den Fuß? Von der Hupe! Oh, Tina. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh, Mr. Bean! Oh, fuck. Okay. Ich liebe das. Und dann halt Gegenstände, die dazu passen. Auf einem kleinen Podest sitzt, Gronkh. Wie? Passt ihr denn auf ein kleines Podest? Ja, und auf diesem kleinen Podest sitzt Every Luna Ever und da sitze ich da mit meinem sehr breiten Arsch drauf. Und merke es nicht mal. Ich würde dem eher auf ein großes Podest packen. Achso, das war ein Kompliment. Ich glaube, das war ein Kompliment. Oh nein, ich sitze, hab einen Weihnachtsmann und dann wünsche, also, und Entschuldigung, dann hebe ich Every Luna Ever hoch und ja, hurra und dass sie hochleben. Ich glaube, das war ein Kompliment. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich hab's auch nicht als Kompliment gesehen. Er hat einen blauen Ball benutzt. Ich weiß noch ganz genau, als ich das gesehen hab, war ich so, oh mein Gott. Ne, ich muss mal ganz kurz gucken. Mit einem blauen Ball auch noch. Ja, klar. Mit einer blauen Sphäre. Weißt du, der Tipp von mir ist, man darf einfach sonst kaum Glück haben, dann hat man's in Spielen. Also, wenn du dir denkst so, ey, den Bus krieg ich noch, kommt er zwei Minuten zu früh, ne? Ja. Oder wenn du dir so denkst, so, oh ja, ne, bei der OP, dass ich mein Bein verliere, zwei Prozent Chance, die ist sehr gering, ne? Und dann rollst du nach Hause, weil beide weg sind. Verstehst du? Du musst deinen Lack aufsparen für die wichtigen Dinge im Leben. Videospiele. What? Was passiert, wenn meine Ausdauer leer ist und ich immer noch im Flug bin? Dann zählst du. Klatsch. Du bist gefallen. Oh nein, das ist so fällig. Oh nein. Zwischen den Straßen X und Y, so ein Kilometer, anderthalb Kilometer, wenn du uns jetzt hier erinnern. Hä? Was? Wieso schläppst du das Video? Ich war gerade so verwirrt. Ich dachte, der ist nebenberuflich auch noch Zugführer. Und ich dachte, fuck man, die armen Polizisten, die müssen zwei Jobs machen, damit die über die Runden kommen. Aber es ist wahrscheinlich Polizeizugführer. Was ist denn ein Polizeizugführer? Das ist immer ein Dreier, ne? Ne. Hä? Hast du, ich hätte gedacht, er ist Polizei... Er ist die Polizei und Zugführer. Ach so. Hab ich vorhin besoffen? Hä? Wieso fallen alle? Wieso? Hört auf zu fallen. Da war... Du weißt doch, Kinsa, jedem Mann... Oh, Polska! 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 Biau Cervani! Ja, Polska. Jedem Mann werden zwei Meter gegeben. Und es ist ihm überlassen, wie er sie verteilt. Jedem werden zwei Meter übergeben. Ich bin von der... Ich bin... Ähm... Ich hab... Ähm... Ich hab zwei Meter bekommen für meine Körpergröße und ich hab zwei Meter bekommen für meinen Schwanz. Ich hab... Ich hab zwei Meter. Ähm... Ich hab doppelte zwei Meter bekommen. Doppelte zwei Meter. Ähm... Für die Körpergröße, weil ich bin ja 1,99. Und für den... Für die Schwanzgröße, da hab ich, ähm... Sogar zwei Meter und zehn... Äh, zwei zehn... Zwei Meter und zehn Zentimeter bekommen. Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Ja. An den gleichen Stellen spawnen. Das ist voll nervig. Hier ist unser Haus. Und... Genau. Das passiert die ganze Zeit, Leute. Mittlerweile hab ich fast gar keine Haus mehr hier stehen. Nein! Nein! Es brennt! Nein, ich hab aus ihr geschossen. Danke. Ich schlag so lang, bis es jemand geklippt hat. Alles gut. Bis sie klippt es einfach. Ich brauch nen Emote. Achso! Wie geil! Ähm, ganz wichtig für euch nochmal morgen, ne? Ähm, morgen ist Streamfall für mich. Ich baue meine Wasserkühlung ein. Was wiederum bedeutet, dass, ähm, ich nicht streame. Oh, morgen ist Stream-Frei für mich, was wiederum bedeutet, dass ich nicht streame. Oh! Oh! Ich liebe die Zitate. Ja! Wir machen das nochmal auf. Das ist privat für mich. Oh mein Gott, das ist Audio! Und diese Audio ist in meinem Kopf hinten. Hört ihr das auch? Die Audio ist hinten in meinem Kopf. Oh mein Gott. Ich hab mir das privat bestellt. Oh! Er ist neben mir! Er ist hinter mir! Er ist wirklich hinter mir. Ich schwöre. Oh, oh. Das ist ganz komisch. Oh! Ich hab Gänsehaut. Okay. Ich hab Gänsehaut. Das ist ja wohl Verarschung, oder? Ja. Ein Mini-Paket. Ich weiß nicht. Das ist da drinne. Aber was ist da drinne? Ist jetzt die Frage. An alle, die das hier sehen. Scheißt auf ein Fächer. Ja? Für nächsten Sommer. Es gibt hier so Dinger. Die kriegst du schon für 7 Euro, ja? Ja. Oh nein. Oh nein! Oh nein! Mal gucken, wie lange wir brauchen. So sad. Ich hab mir ein Stickermalbuch mit Glitz-Einhörern gekauft. Oh, wie cool. So. Hast du mir gerade auf den Hintern gehauen? Nee. Vor der Kamera. Hast du Beweise? Wir brauchen. Ich hab mir ein Stickermalbuch mit Glitz-Einhörern gekauft. Oh, wie cool. So. Das sieht man wirklich nicht. Ich hab gerade auf den Hintern gehauen. Nee. Vor der Kamera. Hast du Beweise? Genau, Timo macht jetzt Tricks. Timo, rät jetzt. Okay. Mach mal Platz. Mach Platz, Timo. Oh mein Gott, ich dachte kurz. Und der Hund. Ey, wir kommen zur Rettung. So süß. Das ist echt cute. So sweet. Okay, das ist wieder Sekairo. Das ist wieder das, wenn wir nicht spielen. Niemals guckt euch das an. Das sieht aus wie eine Junggesellen-Abschiedsparty auf Malle. Könnt das sein? Oh mein Gott. Der tanzt einfach mild, der Dackel. Dackel ist nicht so süß. Liebe Dackel. Dein, der Fert ist tot. Alter, wie hast du das überlebt? Holy shit. Und wenn das Ava rings I'll live so though the day could be my last You will be okay Oh mein Gott, ich bin... Wenn I'm gone, you'll be okay Und jetzt laufen wir hier so rum und ich weiß gar nicht, ob wir tot sind oder sterben. Äh, leben. Ansaugen, verdichten, arbeiten, ausstoßen. So funktioniert ein... Ansaugen, verdichten, arbeiten und ausstoßen. Das ist ein Edelbordel. Weil das... Da saugen die. Ich weiß ganz genau, dass die da saugen. Ich weiß ganz genau, dass die da saugen. Kohlekraftwerk, Laserpointer, Dirtaktmotor oder Edelbordel. Wieso wird's klappen? Safe ist es eh. Woher? Woher ich das weiß? Hab ich mal besucht? Woher ich mal bei der Arbeit besucht? Attack der offenen Tür. Ich sollte gucken, ob ich mir in der Kopf höre. Nein! Sagen aber nur mit dem neuesten Dyson. Oh mein Gott! Was ist das? Ich kann zu Fili werden. Bitte was? Ich kann... Ich kann du werden. Wie? Du kannst ich werden? Da gibt's ne Fähigkeit, die heißt dickköpfig. Ich mache Kamikaze erstmal reinklatschen. Wieso? Wart ab geht's. Wird das klappen, ne? Und der fährt da jetzt hin und bombt alle weg, so? Und... Ja! Alter! Hey, aber das war cool! Das war cool! Ein... 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 ein Saugroboter... Ein Saugroboter... Kann ich den jetzt mitnehmen? Das ist lustig, though! Also nicht ganz lustig, eigentlich gefährlich, aber schon lustig. Dein Hinterrad, dein Hinterrad, dein Hinterrad. Dein Hinterrad schafft es nicht. Warte, ich drück ein bisschen. Oh, du Basta! Oh, du Basta! Ich war in Wasser gefallen. Ihr müsst ihm mit Kanal punkten, sonst bekommt er gar nichts. Sprich, wenn ich auch mal drei Tage lang nicht streamen kann, ist Wendus auf Diät. Nein! So blick! Ist Wendus auf Diät. Der blick! Das ist, glaub ich, der geilste Clip ever! Ist lieb! Das war so gut! Oh mein Gott! Hey, 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 hey! Oh, oh! Jetzt ist es gepumst! Nein! Erik, komm her! Jetzt ist es gepumst! Nein, du pumst nicht die Kuh! Nein! So! Jetzt aber! Ich will lieber was heben! So, jetzt! Nein! Du Dreckscher! Du! Du! Warum will er nicht? Wie so eine Kuh! Warum? Warum willst du nicht Erik? Erik? Was passiert da? Oh, ich wollte gerade mitbieten! Shit! Warte! Ist das zu? Alter! Das kannst du nicht... Oh nein! Bitte schütet mich! Oh nein! Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber... Okay. Drei! Zwei! Eins! Nein! Es will nicht! Hä? Oh nein! Gebt ihr meine Umarmung! Was passiert, wenn ich hingehe? Nein! Nein! Hallo, ich habe euch nichts getan! Ich schwöre! Oh nein! Oh nein! Was? Wie du mich angucken... Nein, nein, nein! Ihr kriegt nicht! Oh, jetzt vielleicht! Was macht Plump? Aber da muss ein Loch rein! Hallo, das ist doch endlich! Scheiße! Nein! Nein! Ich versuche es, Munchi! Pups gemacht. Oh, das Hocko, ich denke es hier. Oh, er ist back. Nein, das ist nicht dein Ernst jetzt! Nein! Es tut mir leid für Alexandra, aber das Dorf musste vor dem Treu beschützt werden. Hä? Was war eigentlich das? Also, Bloody, Bloody hat die ganze Zeit... Ich muss einen Namen geben! Groink, oh mein Gott, wir nennen es Groink! Groink, das ist cool! Groink, Groink! Ich will auch Namen geben, mein Palz! Okay! Ich bleib hier oben, hier habe ich eine bessere Aussicht, so sehe ich alles! So lustig! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und küssen! Nein! What the fuck? Da hatte ich auch zu deinem Geburtstag drüber nachgedacht, bitte mach das nicht! Bitte nein! Bitte nein! Einfach nein! Nein! Das war Jen! Das war Jen! Ja, das ist Jen! Picken! Das ist Suki! Da war Suki! Mit dem Panda! Fruchtiger heißt! Fruchtiger! Wegen dem Wortspiel! Fruchtiger! Es schmeckt fruchtiger! Ich war 27, als ich das verstanden habe! Was ist denn ein Fruchtiger? Ein fruchtiger Tiger! Und sind dann enttäuscht! Nicht weil die Person, die das ausführt, entschuldige ist! Loll! Sondern weil deren Erwartungshaltung eine komplett falsche ist! Was hast du getan? Okay, es ist ein Oni! Wer den ersten Hit bekommt, ist ein Loser! Oh nein! Oh nein! It's gonna be you! Nein! Oh nein, nein, nein! Dieses Game macht nicht so fertig! Wieso? Ich mach das nicht! Was? You're a loser, baby! A loser, just like me! Du stehst doch auf Käse, oder? Nom 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 nom! Nom nom nom! Nom nom nom! Bonus! Alter! Mein Kraft ist nicht für uns, Digga! Ich schwöre, mein Gott! Ich will meine 10 Euro zurückgreifen! Wie macht man dieses Dings? Schick mir 5 Euro an! Wie macht man dieses Dings, Bro? Dass man Koordinaten sieht, dass man dir das theoretisch sagen könnte! F5, glaub ich! Oder man muss halt Alt und F4 zusammenhalten! Nein, nein, nein! Was ist das? Ich glaub Alt und F4 zusammenhalten und dann noch... Ich glaub noch eins! Ich hab's wirklich gemacht, Digga! Du bist so ein Idiot, Alter! Oh nein! Also ich muss sagen, das Game ist nicht so schlecht, wie es... Wie es tatsächlich so... Das Game hat keinen Namen! Guck dich das oben an! Was ist das? Was ist das da oben? Ja... Was ist der Game-Name? Ey, das ist das Gollum? Wie hab ich überlebt und warum... Oh, das ist Gollum! Okay! Okay! Ey, wo ist das Gollum-Cosplay? Was hab ich gesagt? Ich revidiere meine Meinung, die ich vor einer Sekunde getätigt habe! Möchtest du noch was sagen? Alles gesagt, was er sagen wollte! Tschüssi! Bye-bye-bye-bye! Cute! So cute, so cute, so cute, so cute! win-win-win-win-win-win-win. Alles! Nicht vergessen zu abonnieren, Leute! Und zu liken und... zu kommentieren, Leute! Bye-bye YouTube! Ihr könnt wieder raus aus eurem Keller, hier. Ihr könnt wieder raus aus dem Keller.